Herzlich Willkommen zurück bei Schwengeldieter. Heute will ich mal gar keine Zeit verplempern, denn ich will einiges zeigen. Als allererstes fangen wir an damit, dass der Krieg gewonnen wurde. 56 zu 49, relativ klar gewonnen. Und ja, meine alten Kriegsbeute fällt ein bisschen gering aus. Einfach aus dem Grund, dass ich den zweiten Angriff vergessen habe. War aber kein Problem, denn hier unten war sowieso schon alles gemacht. Also ich hätte nichts mehr holen können. Aber ich hatte natürlich eigentlich geplant noch einen Loot-Angriff zu machen. War jetzt ein bisschen dumm von mir, aber gut. So, der Angriff auf uns. Zwei Nummern höher, wir sind die 17, das war die 15. Drachenangriff, nichts Spektakuläres, brauche ich nicht wirklich zu zeigen. Aber was ich unbedingt gerne zeigen möchte, unsere Nummer 1, Moritz, ihr kennt sie schon. Hat bei deren Nummer 1 einen 3-Sterne-Angriff gemacht. Und jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz hier an. Das ist ein Rathaus-10er. Ja, also schon, ja, relativ kräftig. Gut, ich meine, seine Inferno-Türme sind nur Level 1. Also, er ist ganz frisch Rathaus-Level 10, beziehungsweise vielleicht ist es auch einfach ein Rusher. Das kann schon sein. Aber es bleibt ein Level 10er und Moritz ist auch ein Level 10er und deswegen bin ich hier sehr gespannt. Ich muss mal ganz kurz auf die Stufe gucken. 113, ja, okay. Ja, also scheint schon ein bisschen Level 10 zu sein. Zumindest den Godem 5 hat er bereits. Aber sonst noch nicht wirklich viel. Die Helden sind auch zu niedrig. Wir schauen uns den Angriff mal an, denn den fand ich wirklich sehr beeindruckend. Wir gucken gleich mal von hier unten. So, jetzt müsste es hier mal irgendwann anfangen. Ah, da, ja, richtig, genau. Er sprengt also zuerst hier ein Loch rein. Gleiches macht er jetzt hier. Und jetzt macht er was Interessantes. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Er legt jetzt hier einfach einen Sprungzauber rauf. Und sein Sprungzauber ist ja schon auf Max. Der hält ja ewig. Ich glaube, wie lange hält der? 45 Sekunden oder irgendwie sowas. Und hier halt auch ein Sprungzauber. Ja, und jetzt kommen hier die ganz entspannten Fünfer-Golems, die auch, ja, sich nicht so wirklich dafür interessieren, dass sie hier beschossen werden. Oder, naja, zumindest nur so ein bisschen. Hier natürlich das Gleiche. Und hier packt er auch welche. Und hier schickt er jetzt noch ein paar Mauerbrecher, sodass wirklich von der gesamten unteren Seite hier, dass da der Angriff erfolgen kann. Also finde ich wirklich einen sehr, sehr schönen Angriff. Auf hier natürlich die extrem hohen Helden 20, 23. Das ist natürlich eine wirklich sehr, sehr gute Größe. Und auch hier jetzt noch ein Sprungzauber. Und das heißt, die Golems ganz entspannt rüber. Auch der Barbarenkönig ganz entspannt rüber. Und jetzt hatte ich ja natürlich so ein bisschen Probleme, denn die Infernetürme, der hier ist auf Multi gestellt. Der andere ist gerade eingefroren. Aber, der andere ist so gut, ist auch natürlich auf Multi. Aber der konnte ja halt nicht schießen. Zum Glück hat die Queen das halt wirklich geregelt. Und naja, ich sag mal so, auf Level 23. So, jetzt kommt ja etwas ganz Lustiges. Die Queen wird hier gebunden an den Lava-Hund. Dafür packt man ihn ja auch hin. Und jetzt wird es eigentlich relativ knapp. Also, wenn ich das jetzt hier sehen würde, würde ich erstmal denken, okay, Kollege, du hast auf jeden Fall zu viele Golems mitgenommen. Ja, vier Golems sind noch am Leben und noch drei Magier. Ne, vier Magier sind es noch. Das ist natürlich nicht besonders beeindruckend. Aber hier ist halt noch die Queen. Und die kann er noch zünden. Und das schafft er natürlich auch. So gut ist er ja. Er hat hier sogar zwei Giftzauber raufgeworfen. Aber gut, ich sag mal, hier hätte man sicherlich andere Zauber mitnehmen können, die da vielleicht noch ein bisschen mehr gebracht hätten. Er hat natürlich hier auch ein gewisses Quäntchen Glück. Das darf immer nie fehlen. Also, dass hier der Magier-Turm zum Beispiel auf die Golems geht, während die Queen mit kaum noch Leben hier sehr entspannt die Gebäude wegschnetzeln kann. Genauso, dass die Magier hier noch ganz relaxed außen rumlaufen. Dass der Magier hier unten nicht angegriffen wird. Und auch wirklich als erstes diesen Turm angreift. Okay, er hat ihn natürlich auch erst gerade gesetzt. Das heißt, das spricht natürlich dafür, dass er ihn auch gut setzt. Aber super Angriff. Glückwunsch dazu nochmal. Beziehungsweise Glückwunsch an uns alle. Also, davon haben wir ja alle im Endeffekt profitiert. Aber sehr, sehr schöner Angriff. So, hier können wir jetzt mal rausgehen. Und ja, er hat auch noch einen wirklich schönen Angriff auf die Nummer 2 gemacht. Ebenfalls drei Sterne, ja. Die Nummer 2 ist gar nicht mal so weit hinter der Nummer 1. Denn es ist zwar noch Rathaus Level 9, daher fehlen die Inferno-Türme. Und, okay, man muss dazu sagen, die Queen und King sind natürlich schon noch, beziehungsweise King ist ungefähr gleich, aber Queen ist schon noch ein paar Levelchen drunter. Mir fällt aber gerade auf, dafür sind die X-Bögen höher. Also, auf jeden Fall auch keine Garantie, dass das eben hier drei Sterne werden. Und hier macht er eine andere Technik, Lavaloon. Ich glaube, die hatten wir schon mal, bin ich jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall eine sehr interessante Technik. Ich finde es auch interessant, dass er sich hier dafür entscheidet, ja, für Lavaloon. Denn Lavaloon, naja, ich sag mal, die Grundzüge der Technik sind ja, dass die Hunde, die Lava-Hunde, eben die Schüsse der Luftabwehr fressen und die Ballons dahinter platziert werden, wo auch immer, hinter den Lavahunden, sodass sie eben nicht beschossen werden. Das ist ja erstmal der Grundzug dieser Technik. Ein Nonplusultra hierbei ist definitiv rauslocken. Ohne rauslocken keine Chance. Und im Optimalfall killt man auch vorher die Queen. In dem Fall ist die Queen erstens sehr niedrig und zweitens steht sie ziemlich mittig, deswegen ist das relativ unrealistisch. Hier mal ganz kurz, weshalb ich mich so ein bisschen wundere über Lavaloon. Er hat vier Luftabwehr auf Max-Level. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, welches Level das ist, aber es ist Max-Level für Rathaus 9. Die beiden X-Bürgen sind auf Luft gestellt. Ja, was soll ich sagen? Überrascht mich ein bisschen. Also er geht hier mit zwei Loons rein, um hier rauszulocken. Was insofern nicht funktioniert hat, dass, wenn ich mich nicht täusche, keine Einheiten da drin waren. Ich denke mal, das hat er jetzt auch realisiert. Und ja, hier gehen eben die Hunde und dahinter kommen eben die Loons. Und die Loons gehen ja immer nur, eigentlich nur, aber gehen halt vorrangig dann auf die Verteidigungsgebäude. Ja, genau. Und hier sehen wir eigentlich einen wunderbaren Angriff. Die Hunde gehen eben auf die Luftabwehr. Und hier, perfekt. Die Luftabwehr ist weg. Der Hund geht auf die letzte Luftabwehr. Der Hund selber macht kaum Schaden, also da müssen die Loons kommen, weil hier kommen sie auch schon. Und bevor der letzte... Nee, perfekt. Das war perfekt, ja. Der letzte Schuss der Luftabwehr lässt den Hund zerbersten und dadurch kommen eben noch weitere Lava-Welpen, die eben doch auch nochmal einen richtig kräftigen Schaden hier machen. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja, und im Endeffekt holen wir das Ganze jetzt, ich will nicht sagen mal wieder, aber wir holen das Ganze jetzt wahrscheinlich dann King und Queen. Würde ich jetzt mal schätzen. Das hier ist natürlich etwas Interessantes. Die hatten eben auch einen Lava-Hund in der Clanburg. Das heißt, der Lava-Hund kommt nur bei Bodeneinheiten raus. Und in dem Fall war ja keine Bodeneinheit da, denn hier kam ja nur Balance und deswegen kam der Hund gar nicht erst raus. Das ist natürlich... Der kam dann jetzt sozusagen erst raus, als die erste Bodeneinheit hier war. Ich weiß nicht, welche das jetzt war. Ja, und das ist natürlich weniger schön für ihn jetzt gewesen, weil der eben auch die Queen mitgenommen hat, beziehungsweise die Lava-Welpen haben dann die Queen mitgenommen. Gut, hier oben wird aufgeräumt, das ist klar. Und er muss jetzt eben schauen, dass er hier unten mit King sowie den ganzen Kleinkram-Einheiten es eben noch schafft, diese paar Gebäude hier mitzunehmen. Und gut, wir kennen ja den Ausgang Er schafft's. Bringen wir es mal auf den Punkt. Und hier, ja, sehen wir es auch ganz gut. Da wird gerade die letzte Sache beendet. Von hier oben kommen auch noch weitere Welpen. Da ist alles zerstört. Goldlager geht drauf. Bauhütte wird auch drauf gehen. Und 100%. Also auch hier schöner Angriff. Lava-Loon mal gesehen. Wunderbar. Krieg gewonnen. Perfekt. Oh, wir haben einen Magier erhalten. Level 6. Wow. Und auch noch ein paar Barbaren auf Level 7. Wunderbar. So, jetzt, ich habe schon gesagt, ich will keine Zeit verlieren, weil ich ihm noch ein paar Sachen zeigen will. Und zwar als erstes die Standfestigkeit unserer Basis. Wie standfest ist denn die neue Basis? Ja, also mir gefällt sie persönlich ganz gut. Unsere normale Basis. Und bisher haben wir ernsthafte Angriffe. Haben wir hier einen bekommen mit 55%. Jetzt muss ich gerade mal ganz doof überlegen, ob ich den schon gezeigt habe. Den habe ich noch nicht gezeigt, ne? Äh, diesen Angriff. Ne, den habe ich, habe ich den schon, äh, falls ich den schon gezeigt habe, bitte verzeiht es mir. Ja, ich mache jetzt, ich mache den hier mal etwas schneller. Also, der Kollege, jetzt mache ich aber wieder langsamer, kommt hier mit Riesen. Und der größte Fehler, den er gemacht hat, er hat halt nicht rausgelockt. Und deswegen sind die Riesen halt schon extrem vernichtet. In diesem Fall, er hat zwar einen Heilzauber dabei, aber auch nur einen. Und den setzt er hier auf die Barbaren. Oh mein Gott. Also, hier haben wir einfach eine Gurke im Angriff, ganz klar. Der Heilzauber jetzt natürlich auf die Riesen gehört und nicht auf die Barbaren. Gut, okay, er hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, Hauptsache die Barbaren kriegen hier noch ein bisschen was. Okay, hat in dem Fall funktioniert. Sie haben hier noch ein bisschen was mitgenommen. Aber gut, die Riesen haben natürlich hier keine Chance. Und das, was er gewundert hier, 23.000, 52.000, bisher gewundert, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was dazu, aber ich glaube nicht. Also, nichts mehr wirklich beeindruckend. Das, was er hier geholt hat, ist nicht viel. Mit der Armee hätte er meiner Meinung nach auf jeden Fall mehr schaffen können. Der King ist auch schon Level 3, überlebt im Verhältnis wirklich relativ lange. 55 Prozent, das heißt, er hat uns auf jeden Fall ein schönes Schild gegeben. Und das ist perfekt. So, dann haben wir hier den nächsten Kollegen, der 51 Prozent geholt hat. Und der kam mit 100 Bobbers, 100 Bogies und ebenfalls einem Level 3 King. So, hier, das ist das, was er gesehen hat. 56k Gold hat er holen können, 74k Elixier. Hm. Muss ich sagen, hätte ich jetzt persönlich nicht angegriffen, aber jedem das seine. Gut, ich meine, seine Armee ist nicht viel wert, muss man auch dazu sagen. Und ja, er verteilt hier eben ganz krass und wir haben hier Max Schweine in der Klan. Das ist suboptimal, weil Max Schweine machen zwar viel Schaden, geil, dass sie hier direkt den King angehen und der sofort weg ist, aber gegen einzelne Einheiten sind halt die Schweine einfach nicht gut. Also der Vorteil, den wir hier durch die Schweine in dem Fall hatten, ist, dass, naja, die Einheiten wurden halt ein bisschen blockiert und konnten ein bisschen von dem Minenwerfer hier bearbeitet werden, was auch gut funktioniert hat, ja, bei diesen kleinen Einheiten. Aber Schweine sind eigentlich suboptimal für, äh, für die Verteidigung. Also so ganz alleine. Wenn der jetzt hier einen Go-Wipe-Angriff gemacht hätte, ja, und wäre mit einem Golem voran und die Schweine hätten auf den Golem eingeprügelt, dann wäre das Ganze schon wieder anders. Das wäre nicht schlecht gewesen. Weil der Golem schlägt nicht zurück und, ähm, die Schweine machen doch einen relativ ordentlichen Schaden. Und an einem Golem, also das würde sich schon unbemerkbar machen. In dem Fall hier gegen diese Kleinein, dann ist das nicht so toll. So, gut, aber ihr seht schon, also er knuspert sich hier durch die Außenbereiche, schafft es hier noch, äh, äh, ja, noch das Goldlager mitzunehmen, aber im Großen und Ganzen sehr unbeeindruckend. Hier werden so die Letzten weggepflückt. Der hier schießt auch nicht hier unten, ne, darf man nicht vergessen. Wenn der schießen würde, wäre das Ganze schon wieder eine etwas andere Sache gewesen. Ja, und hier oben, naja, wir sehen schon, Wiederholung endet und gewonnene Beute sehr gering. Ich denke nicht, dass sich das wegen gelohnt hat. Aber auch er hat hier über 50% geholt und uns ein schönes Schild gegeben. So, und jetzt noch der Letzte. Der hat ja mal richtig verkackt, ja, deswegen das Letzte, das Schönste zum Schluss. Vor einer Stunde 26 Minuten hat der Kollege angefangen. Huch, cool. Die, die 3-2-1 hier läuft weiter. Das ist lustig. So, also, er hat ja hier wirklich eine ordentliche Meute dabei. Und er macht hier den Fehler, den alle machen. Rauslocken? Ne, kenne ich nicht. Was ist rauslocken, ne? Tja, werde ich dir gleich mal zeigen, warum man rauslocken sollte. Ne, also hier sehen wir sehr, sehr schön, was jetzt hier passiert. Die Riesen laufen eben theoretisch diesen Weg rum. Aber, das tun sie gar nicht. Warum? Ja, weil hier ein paar Magier drin waren. Und die machen mit den Riesen so kurz einen Prozess. Das hat man noch nicht gesehen. Magier hier natürlich das Mittel der Wahl. Perfekt. Knuspern hier auch noch eine richtige Meute von Barbaren weg. Und ja, hier kommen jetzt noch so ein paar Riesen. Intelligenterweise genau auf die Magier gesetzt. Ja, also wirklich. Also an dieser Stelle nochmal an Boba vom Clan Bocktop einen herzlichen Glückwunsch für diesen Angriff. Es war unglaublich, was du hier gezeigt hast. Also, sowas Schlechtes habe ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ja, der 6er Baba King ganz am Schluss gesetzt. Glückwunsch dazu nochmal. Also, super Sache. Knuspert sich hier relativ kräftig dadurch. Dann zündet er den Baba King noch lange bevor der hier überhaupt wirklich angeknuspert wurde. Kann man machen. Klar, er will den Schadensboost, er will die Barbaren. Aber was wir natürlich sehen ist, jetzt ist der Barbarenkönig eben nicht mehr zündbar und wird deswegen relativ schnell platt gemacht. Dass er hier noch mein Lager für dunkles Elixier mitnimmt. Seien wir mal fair. 115 dunkles Elixier. Ja, darauf kann ich verzichten. Soll er doch mitnehmen. Das Hauptgeber, das schafft er sowieso nicht. Tja, das war es dann auch schon. Ich weiß gar nicht, wo hier noch einer ist. Ist hier noch einer? Warum läuft denn das noch? Achso, er hätte theoretisch noch Zauber setzen können. Macht er natürlich nicht. Warum soll er es machen? So, also, Fazit der bisherigen Angriffe. Die Basis hält. Stand. Die ist wirklich gut. Also, mir gefällt die wirklich sehr gut. Ich finde die echt cool. Und ja. So, Schatzkammer. Also, ich könnte jetzt hier ein bisschen Gold rausholen, dass wir irgendwie was machen könnten, denn ich habe ja auch einen freien Bauarbeiter. Ach ja, mir fällt gerade auch, ich mache mal hier noch so ein bisschen Rest. Aber, will ich das machen? Nein, will ich eigentlich nicht. Also, mein Elixier will ich sparen für die Forschung, denn als nächstes, äh, Wutzauber, äh, Blitzzauber, äh, Drache, ich muss unbedingt diese Sachen forschen. Da möchte ich jetzt nicht, äh, das für irgendwelche anderen Sachen ausgeben. Das Elixier. Gold. Ja, Gold. Ähm, meine Kanonen sind abgegradet. Das heißt, da kann ich jetzt keine mehr machen mit 400.000. Und das nächste, günstige, was, günstigste, was ich machen könnte, wären 720.000 für einen Boi-Turm. Also, abgesehen jetzt mal von den Fallen und natürlich von den Mauern. Ähm, ja, der Luftfeger geht auch nicht günstiger. Also, das wäre so das nächste, was ich machen könnte. 720K, äh, ja, ich lasse es, denn ich möchte eigentlich jetzt als nächstes meine Luftabwehr, Türme, alle auf 5 bringen, das ist ja dann auch das maximale Level. Einfach mit dem Hintergrund, wie ich gerade schon gesagt habe, ich wurde im Clankrieg schon wieder von Drachen platt gemacht und ich will zumindest meine größtmögliche Abwehrstärke haben und das heißt natürlich, die Luftabwehr muss jeweils eine Stufe hoch. So, äh, das war eine sehr schnelle Folge. Ich habe sehr viel und sehr schnell versucht zu reden, damit wir alles unterbekommen, aber jetzt sind wir auch am Ende und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Schwengeldieter. Ich bin ja auch am Ende, ich bin ja auch am Ende, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.